FNAF AR, jetzt richtig am PC. Ja, der hat schon mal ein AR-Spiel am PC gemacht. Was haben wir denn hier alles? Freakshow. Oh. Ballora? Oh. Haben wir hier. Endo. Äh, Rabatt. Hä? Oh, lol. Einfach mal hier auf der Straße. Okay. Es ist... Interessant. Wir müssen jetzt einfach auf der Straße und jetzt kommt dann Endo. Halt. Ah. Okay, das ist viel geiler gemacht als das eine AR-Spiel, was wir mal uns angeschauen haben. Ja, ja, der ist da. Der Kollege ist da. Der ist da. Hallo, hallo, hallo. Nee, nee. Das war nur der Fake-Attack. What is? Komm, stuhl her. Komm, stuhl her. Komm, stuhl her. Das ist schon irgendwie geil umgesetzt. Ei, gib zu. Mal gucken, sie mal schauen. Der Bildschirm wabbelt leider nicht so stark wie, ähm, Handy, wenn du direkt zu ihm starrst. Das ist interessant, dass mein Mauszeuger ganz starr in der Mitte bleibt. Finde ich. Nett. Ja, I think. Halt. Oh, das ist nice. Ah, die Opti. Oh, das sieht aber... Das sieht stark aus. Das sieht stark aus. Du gewinnst. Ach ja, und das ist ein Roblox, by the way. Das ist stark gemacht. Das ist wirklich stark gemacht. Endo Slot. Nice. Ja, und ich hätte auch ein Dingereich machen können. Äh, sag schon. Salvagen, Assembled. Hab ich irgendwas? Oh Gott. Die haben das echt alles hinzugefügt? Oh, das ist... Das ist nett. Ja, die haben natürlich auch einen Shop. Ich hab 150. Also ich hab gar nichts... Also ich kann nichts ausgeben. Das ist stark. Ah, so was haben wir hier noch so alles. Ich hab einen Ballora-Köder. Nutzen wir die mal kurz. Ich will mal schauen. Ja. Wow. Gleich mal anschauen. Und wir sind immer noch auf der Street. Die ist genau hier. Ich weiß nicht mehr, wie immer Ballora... Sollte man nicht wegschauen? Bei Ballora? Aber wenn das Video gefallen, gerne mal Kanal abonnieren. Werden wir weiter FNAF AR anschauen. So, jammern wir mal kurz. Ich hab jetzt keinen Bock da auf den. Ich hab keinen Bock auf den. Ich mag das nicht. Was haben wir hier? Ich kann mich auch gerade nicht weiter bewegen. Oh. Jetzt sind wir... Oh. Was sind wir jetzt gelandet? It's me. Jetzt sind wir in einem schön eingerichteten Heißle. Rauscht der Fernseher. Der sich nicht bewegt. What? Da. Da ist er. Ja. Okay, ja, ja. Der ist genau vor mir. First by Entertainment. Plotwist. Wir sind bei Scott. Plotwist. Da. Genau vor mir. I think. Bäh. Was war das? Es ist schade, dass es manchmal ein bisschen stehen bleibt. Aber okay. Das. Managen mir. Das managen mir. Ja, ich soll nur laut Buh machen und dann haut er ab. Weißt? Ich will nicht salvagen. Ich will nicht salvagen. Hallo. 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 Grüß euch Gott. Okay. Wie dieser Fake-Ansturm, hey. Bis er mich dann angreift und das war's dann für ihn. Da woppelt's, da woppelt's, da woppelt's. Da woppelt's sehr. Mach sogar zwei Attacks. Attacks. Bis er mal sagt, okay, Kollege, jetzt komm ich her. Da woppelt's immer noch ganz hart wie Nard. Hab ich schon lange nicht mehr gesagt. Ihr kennt's ja. Wo ist er? Wobbel, wobbel, wobbel. Wobbel, wobbel, wobbel. Da woppelt's. Ich hab nicht mehr viel Strom, Kollege. Zeig dich eigentlich. Äh, ein. Einfach. Ja, der ist genau hier. Ja, da. Greifen Sie an. Please. Sag, die nächsten Endo haben wir. Die nächsten haben wir. Du gewinnst. Das ist schön. Neuer Streak. The streak is alive. Again. 49 Fast Tokens. Oho. Warte mal, wir haben 199. Ähm. 199. Was krieg ich für 199? Krieg ich gar nichts, glaub ich. Ach so, lol. Köder 300. Ähm. Barney Mini-Bag. Was ist das alles? Guck's halt einfach. Was? Linkshänder-Köder. Bin Linkshänder. Köder ich mich selber. Lös. Lass mal da hinten. Er ist nur so Endos. Wow. Wir sind da gefahren. Animatronic. Zug. So irgendwie. Ja, aber okay. Das sieht stark aus. Das sieht stark aus. Ganz ehrlich. Das ist saugeil. Mit der Babyuhr. Das hört sich halt irgendwie lustig an mit der Babyuhr. Das wäre. Jetzt ist es nicht vom Kopf so die Miniuhr, weißt. Aber der Baby ist ja eigentlich riesig. Also. Also hat es eigentlich eine Riesenuhr. Das ist geil. Ohne Scheiß. Das ist geil. Hallo. Greifen Sie an. Herr Endo. Alles mit Ballora. Ich hab keine Ahnung mehr, wie das geht. Ich hab so lange AR nicht mehr gespielt. Wenn sie nicht sogar sämtliche Animatronics eingefügt haben. Ich weiß es nicht. Aber saugeil gemacht. Saugeil gemacht. Ha. The streak continues. Zwa. Boink. 31 Fast Tokens. Also im Endeffekt bisschen Fast Tokens. Farmen und dann. Und dann geht's ab hier. Aber sowas von. Dann geht's ab. Ja, ich kann mal so ein Icon holen. Ja, ich meine, ich kann mal Batterien holen. Lade Fricky da. Aber das war's auch schon wieder großartig. Haben wir auch andere Animatronics? So nebenbei? Nein. Nein. Haben wir auch andere? Oh. Wir haben Freddy. Freddy in den gleichen Wohnzimmer hier. Die hat das so geil gemacht. Ich bin legit echt ein bisschen begeistert. gerade. Das See. Diese Euglein. Du, 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 du. Diese Euglein. Ach ja, ich feier's ein bisschen arg. Ich feier's ein bisschen arg. Macht der so Haywires oder so? Nee. Ich weiß es bei Freddy gar nicht mehr. Das weiß ich auch nicht mehr. Wie er das macht. Warum er das macht. Ah. Lol. Freddy, du bist einfach gewesen. Flop. Du bist einfach gewesen, Kollege. Du gewinnst. The Streak. Neues Streak von drei. Perfect. Und Fast Talk. Ja, Fast Talk ist 50. Oh, wir haben ein Profilsymbol. Das ist alles. Nur ein Profilsymbol. Kein Freddy. Kein nichts. Ja, ein Icon haben wir. Wo kann ich das? Ich weiß nicht, wo ich das Icon hintun kann. Du hast hier sogar noch Aufgaben. Besiege Balloon Boy. Nein. Aber dann lasse ich es dir erstmal gut sein. Es ist sehr, sehr geil gemacht. Sehr, sehr geil gemacht. Wie findet ihr den allgemeinen FNAF-Eier? Bitte in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Und schönen und schönen Tag. Macht's gut.